Mehr Intelligenz haben betrachten viele als Fluch, obwohl es objektiv ein Segen ist. Objektiv hast du einfach mehr Möglichkeiten als Menschen mit geringerer Intelligenz. Intelligenz, die Geisteskraft, ist also genau gleich wie die Körperkraft. Ich sehe aber niemanden jammern darüber, dass er mehr Körperkraft hat als andere. Oder? Aber bei der Geisteskraft ist es so. Weil in der Körperkraft hätten wir eigentlich gerade das Gleiche. Wie auch ein Auto mit mehr Peers. Keiner jammer darüber, mehr Peers zu haben. Aber Autos mit mehr Peers sind auch gefährlicher. Die sind gefährlicher. Wenn ich ein Auto mit mehr Peers habe, brauche ich entweder eine bessere Antischlupfregelung oder einen sensibleren Gasfuß. Ich kann nicht ein Auto mit 1000 Peers gleich fahren wie eine Karre mit 50 Rössern. Das geht nicht. Und wenn ich in der Fahrschule immer gelernt habe, mit so einem Fiat 500 zu fahren und nachher muss ich meinen Bugatti fahren, dann habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, den in die Wand zu setzen. Und vielleicht verstehe ich schon, worauf ich hinaus will. Wir sind umgeben von Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz oder sogar tieferer Intelligenz. Und daran orientiert sich, wie uns beigebracht wird, mit dem Geist umzugehen. Jemand, der mehr Körperkraft hat, lernt automatisch, seine Körperkraft besser zu beherrschen. Ich kenne keinen, der viel Kraft hat und diese nicht beherrscht. Aber ich kenne viele, die viel Geisteskraft haben und diese nicht beherrschen. Die werden beherrscht von ihrem eigenen Geist. Sie sind nicht der Boss in ihrer eigenen Birne. Und das ist, weil sie einfach gelernt haben, von den anderen abgeschaut, sich mehr anzustrengen. Du lernst halt, wenn du so eine Karre hast, zwei Takte noch am Ende mit 20 PS, dann lernst du einfach immer das Gaspedal voll durchdrücken. Gibt nur kein Gas oder Vollgas. Und das kannst du nicht machen, wenn du einen Bugatti fährst. Dann musst du halt ein bisschen antippen, reicht schon. Und genau gleich ist es auch, wenn du eine erhöhte Geisteskraft hast, dann musst du lernen, diese zu kontrollieren. Du musst lernen, deinem Geist die Zügel, das Geschirr anzulegen und mit deinem Geist korrekt umzugehen. Du hast dann diese grösseren Möglichkeiten und damit kommt die Verpflichtung dir selbst gegenüber, dass du viel besser lernen musst, damit umzugehen. Damit du nicht deinen eigenen Geist in die nächste Grube setzt, in die nächste Wand reinfährst. Das passiert denen immer wieder. So viele intelligente Menschen, die treten einfach aufs Gaspedal. Die merken, sie haben Intelligenz und dann reissen sie einfach mal mit voller Kraft an allen Dingen, die ihnen mental begegnen. Und so holen sie sich dann nur eine Zerrung und einen Muskelabriss und dann haben sie irgendwelche psychischen Probleme, die gar nicht notwendig wären. Sie müssen sich einfach geistig mal ein bisschen entspannen und viel weniger anstrengen, aber das haben sie nie gelernt. Und das, das, das müsst ihr lernen mal, mit dem eigenen Geist umzugehen, Entspannungsmethoden zu machen, psychische Selbstkontrolle zu üben, die Meisterschaft über den eigenen Geist zu erlangen. Das ist die Aufgabe aller Menschen und die ist halt umso wichtiger, je mehr man von dieser Geisteskraft hat. Das ist die Aufgabe aller Menschen